Ich bin doch da irgendwie hochgegangen und... Wo bin ich da rausgekommen? Hä? Irgendjemand? Darf ich bei den Wachen nach Auskunft fragen? Nein Chicken, dann ist die Mission vorbei! Und du verlierst alles! Das war ein Rathen! Das war ein Rathen! Das war ein Rathen! FIGHT ME, YOU! MISTER! Ich bräuchte meine Auskunft! Ich glaube ich habe die eine Wache da hinten gerade auf mich aufmerksam gemacht... Weil, solange sie mich nicht findet... Was ich aber gerne mal finden würde, wie ich hier hochgekommen bin... Dann solltest du vielleicht auch die Treppe nach unten nehmen... Und... Ich habe keine Ahnung nicht wodurch kämpfen... Stand an irgendwelchen Türen... Davon... Ne, hier und da stand sie jeweils eine Wache, richtig? Kann ich jetzt auch raus? Ich verstehe manchmal echt die Karte nicht... Was ich vor mir will... Habs da noch einen Ausgang? Was ist das denn? 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 Hat der mich jetzt ernsthaft nicht gesehen? Wie blind bist du denn? Wo bist du da gerade reingegangen? In den Raum... ...den ich... ...superschön zendiert habe... Ja... Nichts zwar ungut, aber ich würde dir mal empfehlen zum Optiker zu gehen... Ich bin doch ganz... ...klar vor ihm... ...vor seiner Nase durchgerannt... ...und er hat mich nicht gesehen... Aber hey! Gut für mich! Ne? Ja, gut für Geralt... Wieso kann man ja nicht wieder so eine Infiltrier-Mission machen? Hm... Das war doch schön! Wie als wir den... ...lufthallis-Wahn geklaut haben... Das war toll! Das können wir gerne nochmal machen... ...mh... Äh... ...ja... ...wird zwar zum Geheimegang bleiben sollen... ...schicken... ...aber hey! Was sollt's... ...was sollt's... ...ah Gott... ...nicht mein Problem! Ob ich hier in den nächsten 3 Minuten noch irgendwas erreiche? Nein. Schicken darf nicht sein. Denn das ist illegal. Ah, die Kameras habe ich ja deaktiviert. Das ist vor allem abgeschlossen. Schau, dass man hier nicht durch Schlüssellöcher gucken kann. Doch, aber hinter der Tür steht einer. Hinter der Tür steht einer. Das heißt, ich kann nicht mal eben so mich hier rausschlendern und hier durch den Geheimgang wieder reingehen. Ja, und davon stand ja auch jemand. Ich muss entweder hier durch oder durch das Projekt. Das ist doch doof. Ich weiß, oder? Ne, du führst in den Raum. Ich will dann nach unten. Durch den Gang. Ach, ich verstehe es nicht. Diese Karte, sie ist unbeschreiblich. Da müssen wir uns halt irgendwie durch das Foyer schleichen. Ja, irgendwie. Viel Spaß dabei. Check man. Die Tür, wo er gerade rausgekommen ist, ist das hier. Hey! Vielleicht kann ich ja irgendwie Loot abgreifen. Sorry, Mister! Mach doch nicht einfach die Tür auf! Komm, wir müssen schon unsichtbar bleiben. Oh, mein Timing ist mal wieder spitze! Was hat der Typ da vorne? Wo könnte ich mich am besten hinstellen? Alles noch weiter positioniert zu sehen. So, hier ist doch eine gute Spannerecke. Schön im Dunkeln. Ein bisschen teppisch. Auch wenn ich auf Fliesen stehe, aber hey! Was warst du Böse? So, was ist der Raum hier vorne? Wo ist der Raum? Warte, 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 warte! Ich war hier vorne auch noch nicht drin. Was haben wir denn hier? Welcome to Lord Gervaisius Public Exhibition of Art and Curious, both ancient and modern. Hier schon mal keine Kamera! Ach, der Ballsaal! Ball! 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 Äh, die Tür ist gerade schon alleine zugegangen, also würde ich mal sagen, ich will da nicht rein! Und was bist du? Nicht vorhandene Textur, oder? Wieso sieht das anders aus als der Rest der Wand? Ich höre Leute laufen! Ist das von oben? Das ist sozusagen ein Ausguck. Aber hey, was soll's, was soll's, was soll's. Ich hab das Licht gar nicht löschen müssen, aber hey, egal. Vorne geht's dann zum Foyer. Das ist dann auch Ballsaal. Du willst hier nicht reinkommen, du willst hier nicht reinkommen. Was ist denn noch einer? Ja. Hey, bevor mich irgendjemand hört, bin ich weg und... Scheiße, ich will noch schnell ein paar Kameras raus. So, wo sind wir jetzt? Workshop! Im Workshop! Ist die im Workshop? Äh, ja. Ja. Vielleicht gibt's ja was Schönes dort im Workshop. Aber ob das wirklich der Wahrheit entspricht? Sind wir in der nächsten Laufflammes Verschwilken? Waaah! Nacht! Haben wir überhaupt irgendwas erreicht grad? Keine Ahnung, wir sind mit dem zweiten Stock fertig. Was bei uns eigentlich der erste Stock ist. Aber das hier ist ja das Erdgeschoss. Aber hier im Spiel auch irgendwie nicht, weil das hier der erste Stock ist und blablabla. Das ist sowieso alles kompliziert. Ach, keine Ahnung, bis zum nächsten Mal. Tschüss!